Ja, die Enttäuschung ist natürlich da, aber wir müssen auch anerkennen, wie der Gegner gespielt hat und die Hamburg Panthers sind ja bekannt, dass sie hier schon länger mitspielen und von daher ist es zwar jetzt ärgerlich, aber wir haben hier eine gute Leistung abgeliefert, wir können da auf uns stolz sein und es gilt einfach nächstes Jahr wieder hier anzutreten und wieder so eine Top-Leistung abzurufen, vielleicht reicht es dann im nächsten Jahr. Ja, wir haben uns vorgenommen, natürlich die Panthers hier mit Fußball zu überrumpeln, vorne drauf zu gehen, für die ganze Spieldauer 40 Minuten und im Nachhinein kann man uns vielleicht nur vorenthalten, dass wir hier nicht die Ruhe hatten, am Ende auszudauern, dort lange genug das durchzuhalten. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Jahren hier im Geschäft noch weiter mit dabei sind.